Im Januar haben wir unterschiedliche Entwicklungen bei den verschiedenen Anlageklassen gehabt. Während die Obligationen, dazu gehören auch die Schweizer Obligationen, eher Verluste verleten haben, nicht große Verluste, aber Verluste, haben die globalen Aktienmärkte, auch der Schweizer Aktienmarkt, eher zugelegt. Allerdings sind die Unterschiede innerhalb der Sektoren sehr groß. So hat der Sektor der Informationstechnologie oder der Kommunikationsservices eine sehr starke Performance gezeigt, während die Grundstoffe deutliche Verluste hinnehmen mussten. Auch die Small Caps oder die Schwellenländer haben einen schwierigen Start in das Jahr gehabt. Nachdem das dritte Quartal des letzten Jahres bereits ein starkes Quartal für die amerikanische Volkswirtschaft war, war das vierte Quartal ebenfalls äußerst stark. Wir haben eine Wachstumsrate von 3,1 Prozent annualisiert im vierten Quartal gesehen. So gesehen auch das ganze Jahr 2023 war ein gutes Jahr für die US-Konjunktur. Sie ist stärker als ihr Potenzial gewachsen. Einmal mehr, auch im vierten Quartal, aber über das ganze Jahr gesehen, hat der amerikanische Konsument eine ganz bedeutende Rolle bei dieser Entwicklung gespielt. Er hat seine realen Ausgaben erneut gesteigert und das, obwohl die realen verfügbaren Einkommen über das ganze Jahr erst stagniert haben. Also, dass der amerikanische Konsument mehr ausgeben konnte, obwohl die realen verfügbaren Einkommen nicht groß gestiegen sind und obwohl er nicht mehr Kredite aufgenommen hat, hat vor allem damit zu tun, dass er seine Ersparnisse reduziert hat. Und wie diese Grafik auch hier zeigt, sind die Überschussersparnisse deutlich gefallen. Also, wir rechnen für das neue Jahr, dass der Konsum nachlassen wird, weil eben, wie man in der Grafik gesehen hat, sind die Überschussersparnisse deutlich tieferer geworden. Also, so im neuen Jahr müssen wir davon ausgehen, dass der reale Konsum etwas weniger stark wachsen wird und als Folge auch die US-Konjunktur weniger stark wachsen wird als Potenzial. Jetzt außerhalb der USA ist die Lage sicher weniger gut. Also, das gilt auch für Europa und vor allem für die exportorientierte Industrie, die lastige Volkswirtschaft in Europa, vor allem im Zentrum Europas. Deutschland ist im Jahr 2023 in der Rezession gewesen. Und man sieht es auch mit Hilfe dieser Grafik auch, dass die Industrieproduktion in der Eurozone im letzten Jahr weiterhin schwach geblieben ist, also deutlich unter ihrem Potenzial, unter dem langfristigen Trend gewachsen ist. Also, als Folge dieser Entwicklung bleibt Europa in einer schwachen Lage. Immerhin sind die neuesten Zahlen von den Einkaufsmanager-Index etwas besser geworden. Auch das Konsumentenvertrauen hat sich etwas stabilisiert. Als Folge rechnen wir damit, dass die gesamte Eurozone eine Rezession im Jahr 2024 vermeiden kann. Allerdings das Wachstum wird um die 0,5 Prozent sein im neuen Jahr und damit weit unter dem Potenzial Europas. Es war ein wichtiger, aber weniger wichtiger als im Jahr 2022 damals. Nach dem Start des Krieges in der Ukraine sind die Energiepreise sehr stark gestiegen. Und das hatte Folgen für die Produktion weltweit und natürlich für die Entwicklung der Inflation. Heute sind der Anstieg der Energiepreise zwar in den letzten Wochen schon etwas, sind die Energiepreise schon etwas angestiegen, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir im Jahr 2022 gesehen haben. Solange die Krisenherde in der Ukraine oder im Nahosten etwas unter Kontrolle bleiben und im Nahosten zum Beispiel der Iran nicht direkt in der Krise beteiligt ist, dann können wir davon ausgehen, dass wir keine grossen Überraschungen erleben werden auf der Seite der Energie, was positiv für die globale Konjunktur sein wird, vor allem für die westliche Volkswirtschaft, die Energie importieren. Natürlich gibt es auch den Wahlkampf in vielen Ländern, also fast die Hälfte der globalen Bevölkerung wird eine Regierung in diesem Jahr wählen. Dazu gehört auch die USA und die Vereinigten Staaten von Amerika. Da kann es natürlich im Verlauf des Wahlkampfs zu großen Volatilitäten kommen. Am Ende des Tages was wichtig ist, ist, dass die globale Konjunktur sich weiter erholt und das wird für die globale Finanzmärkte von Bedeutung sein. Also die globale Konjunktur, die Gewinne der Unternehmen und natürlich die Entwicklung der Inflation und der Zinsen und dort gehen wir davon aus, dass wir im neuen Jahr einen moderaten Anstieg sowohl der Aktien als auch die Replikationenpreise sehen würden.